ja und zusammen und herzlich willkommen zurück im bonus kapitel der gloomy tales er ist da beschäftigt und nein er sollte es besser nicht zu ende bringen hier soll es aber noch ein eine auszeichnung warum drücke ich da mal wieder drauf das ist die auszeichnung die finde ich witzig was das alle sammelobjekte ja ich habe wir haben alle sammelobjekte kluger kerl diese auszeichnung hört dem unglaublich klugen affen der sowohl jonglieren als auch in zeichensprache kommunizieren konnte ja ich habe von dieser geschichte gehört das war ziemlich cool irgendwie so obwohl naja was haben die tirschützer eigentlich dazu gesagt du hast alle zirkus tickets gefunden das finde ich gut dann können wir nämlich die auch noch kaufen und dann das funhaus ist eingerichtet hey party okay so was haben wir denn hier also hier reintun das meine ich auch nicht das zauberpulver nein noch nicht es braucht erst irgendwas da okay das sieht hier überhaupt nicht gruselig aus nee 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 um den magischen schild zu brechen musst du die ritualkerzen aufstellen und das magische pulver daneben streuen okay das ist ein magisches pulver und ritualkerzen das pulver haben wir bereits die ritualkerzen weiß ich jetzt nicht essig und hier kommen noch die fehlenden steinchen hinein ja okay was heißt das hier finden wir noch raus gut das scheint völlig versuchend zu sein er könnte uns jetzt einfach nicht bringen lieber nicht auf ideen es sieht so aus als ob ein fehlendes fragment dieses versteck öffnen wird na gut wenn du das sagst okay also essig ja mit dem essig können wir den pilz zum zum erlangen bringen nein mit dem essig können wir hier gar nichts machen können wir da auch nichts machen weil mit dem essig weiß ich ist ja auch ein reiniger noch sollte das hier hin das geht und das funktioniert ohne lappen bist du sicher äh klar wieso nicht natürlich was haben wir denn da das nehme ich mit und moment ich nehme die schrauben mit und die monster kralle mit der kralle könnte ich versuchen panikraum brauche ich nicht brauchen wir hier noch was mit der kralle könnten wir entweder hier dran rumfummeln das geht noch irgendwas schweres okay okay das funktioniert auch natürlich so und da braucht es eine kaputte zange und ein fresshochfragment du kommst schon mal da rein okay na schön das weiß ich immer noch nicht das finden wir noch raus wir gehen erst mal wieder hier hinein hat das fresshochfragment kommt doch eindeutig hier hinten so jawoll bevor man den zauberspruch spricht muss man einen kreis zeichnen und dem opfer die lebensenergie aussaugen der zauberspruch muss laut vorgelesen werden um das portal zu schließen stellst du die ritual kerzen entlang des kreises auf und sprichst den zauberspruch rückwärts okay das ist der zauberspruch ja und das sind die kerzen cool zauberspruch aber nicht ohne meine schwester so kann ich euch tun schon nee ihr kommt da nicht was mache ich mit euch habe ich sie eigentlich alle zusammen ich habe sie gut so was jetzt was hat das zu bedeuten eine weitere vertiefung okay ja nehm ich mit nehm ich mit nehm ich mit johanniskraut dünger ich soll noch etwas wachsen lassen und eine zange mit euch machen nichts weiter wieso sind wir denn noch hier irgendwas können wir hier noch machen nehm tja zumindest im moment nicht na gut mh ok also äh mit der zange käme ich hier drüben an den schrank ran komme ich nicht warum nicht äh kaputte zange weil es die zange braucht oder was ok mit der zange soll ich offensichtlich den gerade biegen ja was für mehr war die zange nicht gut hm das erstaunt mich doch ein bisschen hier den pilz mja ich sollte ihn besser mit etwas abdecken mit dem zauberspruch nein mit johanniskraut auch nicht mit nichts was wir sehr dabei haben aber ich kann ja auch nichts weiter mitnehmen hm na schön na schön ähm und ein schneidwerkzeug habe ich auch nicht dann gehen wir doch erstmal hier dran so was haben wir hier ein bimmelbild so eislöffel kakao rote schleife schokoladenmedaille und karamellapfel eislöffel kakao rote ok eislöffel kakao rote schleife äh was ist das was brauche ich um Popcorn in der mietrolle zu machen eine mikrowelle und eine packung Popcorn das ist vollkommen richtig hm 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 das ist Popcorn es ist Popcorn sehr gut hammer hammer kakao ist der schon angerührt da ist der karamellapfel ist der schon angerührt oder hm sieht nicht so aus ne also besuchen wir noch ein Päckchen was ist das denn ne ne da ist schon lutscher lebe kuchen origami was soll ich machen mach die richtige Reihenfolge ne hä so Erzählt er? Hä? So? Okay. Und? Das machst du super. Yay! Ein Batman-Gürtel. Gold. Also, Schokoladenmedaille, Luftballon und Glasgefäß. Glasgefäß, Schokoladenmedaille. Schokolade hätten wir hier. Aber eine Schokoladenmedaille. Eislöffel. Was ist das? Ein paar Verzierungen drauf. Sehen sicherlich ganz super aus. Gut. Das sieht tatsächlich viel besser aus. Da ist der Eislöffel. Was ist das da? Das ist gar... Hier, da ist der Kakao. Oh, da war aber Fettsahne drauf, du. Okay. Kuchenstück. Mmh. Yummy. Glasgefäß. Das ist ein Glasgefäß. Und eine Schokoladenmedaille. Und ein Lucia. Schokoladenmedaille. Das... Nee, irgendwas kann ich noch abschneiden. Das kann ich abschneiden. Äh... Was soll ich deiner Auffassung nach abschneiden? Hm. Hey, nicht? Hier unten? Nee. Was soll ich denn abschneiden können? Da kann ich nichts abschneiden. Schokoladenmedaille. Vielleicht suche ich es mal... Da! Ach, ich soll das... Die Packung öffnen. Ach so. Okay. So, und die Schokoladenmedaille befindet sich... Hm. Das ist sie nicht. Die sehen aber hervorragend aus. Hm. Das war sie auch nicht, ne? Nein. Da ist Schokolade. Da? Oh. Okay. Das war jetzt, ehrlich gesagt, nicht so besonders aus. Aber okay. Yeah! Steintotenkopf. Yeah! So. Okay, klar. Wieso nicht? Was ist das? Blütenblätter der schwarzen Rosas. Scheint ein sehr komplexes Ritual zu sein, dass ich da zusammenfummeln muss. Super. Okay. Den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Das hatten wir auch, ne? Dann versuch es jetzt mal, ob das mit dieser Zange geht. Nein, mit der Zange geht das auch nicht. Kann ich mit der Zange das dann da runterfummeln? Echt? Na gut. Okay. Ein Umhang. Aber ich hab... Oh, warte mal. Den Umhang, den könnte ich da drüber stülpen, ne? Das funktioniert. Ach was. Guck mal. Das nehm ich mit. Oh nein. Es gibt keinen Grund, so wütend zu sein, Schatzi. Finde ich gut, dass sie das eingebaut haben. Wie kann ich dich besänftigen? Mit Johanneskraut. Nein. Mit einer schwarzen Rose. Mit Dünger? Oh. Dünger funktioniert. Little Shop of Horus. Das war's wirklich. Säure. Oh, Säure. Mhm. Yeah. Okay. Das nehme ich mit. Und das scheinbar auch. Das kommt mir bekannt vor. Fahnenblätter. Das muss ein wirklich umfangreiches Ritual sein. Mhm. Und irgendwas ist noch mit der Mama. Na gut. Probieren wir es erstmal hier. Hier. Was nun? Uh. Es ist zu heiß. Ich werde diesen Stein bestimmt nicht mit bloßen Händen nehmen. Hat funktioniert. Seelenstein. Der an den Hammer drankommt. Warum? Warum habe ich den jetzt kaputt gemacht? Seelenstein. Splitter. Hä? Das kann ja denn wie irgendwas hier drüben sein, ne? Johanneskraut. Ja, warte mal. Guck mal. Das Fahn. Der Fahn. Nee. Okay. Wie geht das? Gibt die Kerzen aufstehen? Nee. Hä? Muss ich das um sie herum machen? Scheinbar. Aber ich will sie nicht hier lassen. Okay. So. Und hier. Oh. Das ist eben der Kreis. Hm. Was nun? Er macht immer noch weiter. Ich lese rückwärts. Ich hoffe, du bleibst mir immer da anstecken. Nein, sag das nicht. Und jetzt muss ich meine Schwester retten. Ganz ehrlich, sehe ich nicht so. Weil, naja, er hat sich ja drin ja quasi verirrt. Als Kinder wurde er da drin gelassen. Also, ich habe schon Mitgefühl mit ihm. Aha. Jetzt kommt das hier. Okay. So. Und so. Was nun? Benutze den Hinweis, um festzulegen, wie viele Tropfen der jeweiligen Flüssigkeit du in das Fläschchen geben sollst. Wähle eine Flüssigkeit so oft aus, wie du sie brauchst. Und wähle dann das große Fläschchen in der Mitte. Hä? Hä? Okay. Eins, zwei. Für acht Tropfen. Okay. Das und das. Nee. Hä? Und... Rose und... Ich habe keine Ahnung. Rose und das. So, fertig. Das scheint es noch nicht gewesen zu sein, ne? Benutze den Hinweis, um festzustellen, wie viele Tropfen der jeweiligen Flüssigkeit du in das Fläschchen geben sollst. Wähle eine Flüssigkeit aus, die du brauchst, und wähle dann das große Fläschchen in der Mitte. Okay, kann ich das nochmal von vorne beginnen? Also, wenn ich sage, ich möchte, ich nehme mal den hier, weil da sind, das ist die geringste Anzahl, ne? Also, Rose und das. Aber ich kann da noch nichts mit machen. Hä? Was verstehe ich daran jetzt gerade nicht? Hm. Oder sind das jeweils fünf Tropfen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, dann geht es wieder zurück. Cool. Äh. Okay. Vielleicht wird es mal schwer besser. Nein, da tauchen bloß vier von den Dingen auf, dann ist es mir egal. Okay. Also, das plus das entspricht acht Tropfen. Das heißt, einer ist vier. Dann vier und der Fahnen. Das heißt, das entspricht vier, das entspricht zwei. Und das hier entspricht drei. Die Rose entspricht drei, ne? Wegen hier, die Hälfte davon sind vier. So, hier ist eine drin, vier abgezogen, bleiben zwei übrig für den Fahnen. Wenn ich zwei für den Fahnen habe, dann bleiben hier drei übrig für die Rose. Ja, aber damit weiß ich doch noch nicht, wie viele, wie viele Tropfen, ich weiß nur, wie viel was entspricht, aber ich habe noch keine Ahnung. Eins, zwei, drei, ist es das? Eins, zwei, drei, vier. Und das eins, zwei. Oh, das ist es tatsächlich. Echt? Okay. Das war nur geraten. Yeah, rette Annabelle. Annie, guck mal. Hi. You can't imagine how grateful I am. If it wasn't for you, I would have been stuck in here forever. Hm. Alles gut. Tada! Und damit sind wir am Ende der Gloomy Tales Grauenvoll Show. Jawohl, das war die Sammleredition. Ast rein. So, jetzt lassen wir das auch durchlaufen. Das finde ich gut. Finde ich klasse. Ja, also Fazit. Gefühl mir gut. Finde ich klasse. Ja. Ich hoffe, es war nicht zu viel horrorig. Zu sehr horrorig. Nö, aber ging. Es war ein Wärmebildspiel. Die sind in der Regel familienfreundlich. Das hier würde ich jetzt vielleicht den Kleinsten noch nicht andrehen, aber geht schon. Nun gut. Ja, also ich bleibe dabei. Ich fand dieses Spiel hier deutlich besser als den Nachfolger, den wir ja auch schon gespielt haben. Was aber einfach daran liegt, dass dieses Spiel sehr viel aufgeräumter, sehr viel übersichtlicher war. Und ehrlich gesagt fand ich die Story auch etwas schlüssiger als den Nachfolger. Ja, also insofern, hier hatte ich jetzt richtig Spaß, seinen Nachfolger. Ja, war okay. War jetzt aber nicht so, dass ich sage, ey, das muss ich unbedingt normal machen. Hm. Nun gut. Ja, wenn ihr das anders empfindet, teilt es mir gerne mit. Sag mir gerne Bescheid. Ja. Aber nichtsdestotrotz, kommen wir mal zu dem, was wirklich wichtig ist. Das hier sind die wunderbaren Leute, die dieses Spiel überhaupt erst ermöglicht haben. Und das waren unglaublich viele. Guckt ihr das an, wie viele Menschen an der Entwicklung dieses Spiels beteiligt waren. Das ist ja der Hammer. Das ist ja unglaublich. Wow. Ja, danke für dieses schöne Spiel, dass ihr das kreiert habt, für die interessante Geschichte und die schicken Grafiken. Und dass ihr uns ein bisschen zum Grußeln gebracht habt. Ja, und vor allen Dingen danke euch. Danke fürs Zusehen. Und wenn ihr wollt, wenn ihr mit, wenn ihr könnt, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020